Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde FIFA 13 Ultimate Team Diesmal spielen wir wieder mal in der Online Season Liga 2 Und um den Pokal zu gewinnen bräuchten wir zwei Sieg und ein Unentschieden wären noch drei Spiele Und um aufzusteigen noch ein Sieg und ein Unentschieden Andere Varianten gibt's nicht Ich bin wieder mal mit meinem Ein wenig modifizierten Silberteam Die habe ich gerade mal auch einen neuen Torwart reingemacht Und ja Letztes Spiel für jeden Fall Traumtor von ihm hier von Schmidgall Der hat glaube ich auch einen Hammerschuss drauf Und dann würde ich mal sagen Ich fange gleich mal an Ich kann dann mal ganz kurz nochmal hier Position Torwart Aufstellung Den guten Wettklub pack ich nochmal In die Mannschaft rein damit er nicht komplett weg ist So Und dafür die Versagen es geht los Suche Gegner Wir werden bestimmt ein finden So Hoffentlich hat er nicht Eine allzu gute Mann Doch er hat eine richtig gute Mannschaft Aber Wenig Chemie Hoho Mit Rooney drinnen und Von Persi, Fabricas Piquet, Com Alter, alle möglichen Company Walker nach außen Ach guck mal, Neymar ist auch mit dabei Bale ist auch mit dabei, Alter Was hat der bitte für eine Mannschaft Aber die Chemie leidet halt darunter Ach du Scheiße Ach du Scheiße Nicht Treter gegen Meiner schönen Silbermannschaft an Das kann ja heiter werden Na komm Dreht mal jetzt auf weiter Ich will hier nicht ewig lange warten Das hasse ich immer richtig Das macht mich wütend Boah, bitte, bitte Klick auf Ja Klick auf weiter Dankeschön So Entweder würde ich kläglich versagen Oder ich werde es glorreich siegen Das war abseits Scheiße, Mann Das war aber richtig knapp Concentration Fehler sind hier tödlich So Mach mal das mal so Bittenkur 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 Bittenbittenbittenbittenkur Nicht gut Nicht gut Keine gute Flanke Schön abgefangen Ja Dembele Nein, ich hab nicht gesehen, ob da einer steht Ich hab einfach in die Mitte gespielt Ich konnte nicht weggucken Ich hätt's wahrscheinlich so probieren müssen Und das Tor machen Oh Gott, nein, 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 nein Aber die Spieler sind zum Glück hier nicht so schnell Also die Stürmer Die Stürmer sind von ihm zum Glück nicht so schnell Von Persi und Rooney So, Diego habe ich hier Nordweit Komm Flanke war auch nicht wirklich gut Oh, schöne Grätsche Oh, verdammt Oh, scheiß Warum startet da keiner Oh, Gott Oh, sehr schön Hoch rauf, Alter Abgefälscht war noch Abgefälschter Eckball Sehr schön So Vielleicht irgendjemand kopfballstark ist Oh nein, ganz frei Marika Scheiße Spielt er die Bälle denn hin? Interessant Aber scheint es nicht so der Überskiller zu sein Mein Gegner Also nicht so wie man es von der Mannschaft her hätte denken können Hier sieht man es Hier auch Oh nein Ich hätte nur den Freischuss gehabt Diego 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 Komm Mann ey Hat er der Joe Hart im Tor oder was Oh Mann Boah also führen hätte ich schon können Ganz ehrlich Boah gut Sehr gut gemacht vom Verteidiger Hätte er dem versaut Ich hätte er so ausgerastet Ah scheiße War mehr als vorhersehbar Dieser Pass Oh scheiße Oh gut Schön gehalten Beiden Fäller Bei mir im Tor Oh Gott Oh Gott nein Mach ihn doch Nein Mann Mann Scheiße Nein Ach verdammt Das darf mir nicht so oft passieren Das rächt sich extrem Aber sein Keeper ist wirklich Erste Klasse Boah Mann Hätte ich vielleicht auch vorbeilaufen können Ich weiß es nicht Beiden Fäller auf jeden Fall Hier bei mir Ja auch im Real Life Überragende Saison Gespielt Kein guter Schuss So Halbe Stunde vorbei Boah Kein Foul Naja 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 So was macht er Was macht er Spielt er Einen Pass Ne ich tu da nicht Er verliert den Ball Oh Der Pass kommt an Oh gut der Boah Knapper als gedacht hab Der Pass kam sogar an Eckball kommen Jetzt mal So viele Eckbälle wie ich ihr habt Da muss da mal Irgendwas drin sein Und ich komm auch immer zum Kopfball Boah Riskant was er da macht Richtig riskant Richtig riskant So Nordweit Boah Hab ich noch Erstaunlicherweise Ach Mist Zwar Leichtfertig verloren Oh Gott Später Was ist das für ein Pass Okay Interessant Injowski Hab ich übrigens mal reingenommen Für Kohen Dembélé Eeeh Ja Marika Seid vollzieher nicht Denkt er echt Er kann davon pacen Sehr schön Den hab ich Ja so nicht So Marika Oh kommt der Ball an Ja der kommt an Nachschuss Irgendwie Nein Mann Oh Schlechter Pass Aufpassen 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 Warum sind da drei Spieler Und einen dran Oh Oh knapp 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 Gut halbzeit Sehr spannendes Spiel Boah Also hier ist alles drin Für beide Parteien Boah ey Hart ey Der hält auch echt jeden Ball Ja Ich hab Mehr Chancen gehabt Auf jeden Fall Also vor allem Mehr gute Chancen Aber dieser Hart Hat immer gehalten Dembélé Ach Der Pass war einfach Viel zu weit Das Kampf ist er da immer macht ey Anstatt erstmal kurz zu warten Naja Oh Nein Ah Verloren Ach Mist Oh Kann ihm denn keiner hier den Ball abnehmen Boah man Oh Gott Nein Da hab ich den Ball verschenkt gerade Oh nein Boah ey Zum Glück hat er den versammelt ey Das ist eigentlich ein Pflichttor Auf alle Fälle Den muss er machen Aber so lässt er nochmal alles offen hier Und mir auch noch die Chance zum Sieg So Boah Ah Dembélé Nein Oh scheiße Nein 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 Komm Nein Das kann doch nicht wahr sein Das kann nicht wahr sein Ich kann es denen nicht machen Maaaann Ey Boah Na da steht keiner Kumpel Oh Gott Das war echt dumm von mir Ich hab viel zu früh gedrückt gehabt Die Knöpfe schon Oh ne Vorteil für mich Oh Gott ja Zum Glück Vorteil für mich ey Der Pass war ja auch echt Sau dämlich gerade Der letzte zumindest Boah Hat er mich aber schön fliegen lassen Hier kommst du sowieso nicht ran Boah hier darf ich nicht den Ball verlieren Hier darf ich keinesfalls den Ball verlieren Für mich ja Für mich Für mich Für mich Ah Nein Nein Oh Nicht mal in der Ecke Oh Konter Nein Noch schlimmer Alter Noch schlimmer Oh dankeschön Den hat er aber richtig schön verschenkt Oh Gott Boah Ich muss aufpassen Mit den Pässen ey Oh Gott Oh Gott Nein 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 Gut Oh Was für ein Pass auf Marika Der kann den Ball aber nicht behaupten Nein Er ist zu schwach Zu schwach Das ist ja Schmitz Ball Die Go Hat den Ball nicht Mann Aber wie auch manchmal die etwasen Pässe hier versemmelt Boah Die Go's macht er da Nein Nein Warum kommt der Pass nicht an Mann Gut Oh Schiri Alter Der Pass kommt an Und ich muss ihn machen Und ich mach ihn Dembélé 76. Minute Sehr schön Boah Mann War auch mal allerhöchste Zeit ey Boah ey Ich hab schon wieder überlegt Ob ich rüber spiele Auf Marika Aber der wäre glaube ich nicht angekommen Doch der wäre angekommen So was macht er jetzt Geht er raus Oder wechselt er aus Mein Gegner Boah Boah Gibt erstmal Azar und Shavi Kann er sich ja leisten Hier Oh Gott Aufgepasst Oh nein Was mach ich 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 Aufpassen 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 Nordweit Dembélé Nein Mann Kommt der echt mit seinem Schädel noch da irgendwie dran ey Boah Ich versuche das Ergebnis jetzt hier irgendwie zu halten Und hoffe es zu schaffen Er wird voll Offensive gehen Boah Nein Er wird in die Mitte spielen Er wird versuchen in die Mitte zu spielen Eckball Boah Ist das spannend ey Spannung pur Hast du Keeper Keeper Weinfeller Komm mach was Dembélé Na Nein Boah Was für ein Fehler Aber eigentlich für mich glaube ich Hoffe ich Denk ich Ja Ich darf jetzt hier keine großen Fehler mehr machen Es wäre extrem tödlich Aber sowas von extrem Oh scheiße 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 Alter Was für ein Schuss Ich warte jetzt ganz kurz nochmal Und dann haue ich den Ball was Aber sowas von nach vorne Ey Leute Kommt doch mal alle zurück Da in der Offensive Ja 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 Geil Gegen so eine Mannschaft erstmal gewinnen mit meiner Silbermannschaft Ja 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 Hat sich schön ärgern Ah Vor allem wenn man bringt nochmal Charly und so was ja Er hat's ja Da ist Charly Alter Schwede Wer ist denn hier spieler des Tages Es ist Company Hab jetzt nicht so viel gesehen Er hat hier von PFC, Rooney, Neymar, Saar Pique, Joe Hartz Girard Alle möglichen Hand Komm auf der Bank Bale hat auch noch gehabt Fabrica, Silva David Silva Casola auch noch John Terry Also der hat Der hat die Spieler einfach alle Und trotzdem verliert er gegen meine Silbermannschaft Guck mal die Spielzeit Zack Ja Ja Verdient Verdient Ganz verdient Ey Hätt ich Äh so Hätt ich verloren Oder sowas Wär so unverdient gewesen Aber so ist es ein richtig geiles Spiel gewesen Ja Ein Punkt fehlt noch Zwei Spieler haben wir noch Zum Aufstieg Sieg und Unschieben Wäre natürlich am besten Würde ich den schönen Pokal gewinnen Ich glaube 10.000 Münzen Das wäre auch ganz geil Gut Dann war es auf jeden Fall Dann war es das auf jeden Fall mit dieser Folge Ich hoffe es hat euch gefallen Dann würde ich mich natürlich wie immer über eine Bewertung freuen Und einen Kommentar Ja Und dann würde ich mal sagen Wir sehen uns im nächsten Video wieder Was wahrscheinlich das Pack Opening sein wird Bis dann Tschüss Dann Tschüss Jungs Tschüss Vielen Dank.